Saban Musikverein Lyra mit einem kleinen, sehr gut spielfähigen Ensemble. Ganz herzlichen Dank, meine Musiker. Auf die Musiker, ein dreifaches Hurra, Hurra, Hurra. Das geht besser, nochmal. Ein dreifaches Hurra, Hurra, Hurra. Das geht doch. So, eine ganz besondere Freude, eine ganz besondere Freude, den Musikern auch eine kleine Erinnerung an den heutigen Tag mitzugeben. Ich bitte zu mir, Herr Reihenach, Michael Birkel, Lukas Röther, Konrad Höfer, Rico Marz, Richard Steiner, Markus Thomas, Michael Hamburger, Elias Burger, Jonas Brossard und Benjamin Haukamp. In Anerkennung der besonderen Verdienste um die deutsche Gesellschaft, die historische Uniformkunde und die uniformierte Traditionspflege werden den Musikern das Ehrenkreuz in Schwarz verliehen. Gerber sein mit Juni 2017 für den Vorstand. So, und so, Merci. Vielen Dank.